Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video der Tutorial-Reihe in der Zwergenfestung. Nachdem wir das letzte Mal gesehen haben, wie wir Läger erstellen und diese miteinander verbinden können, wollen wir uns dieses Mal anschauen, wie wir diese auch mit sinnvollen Inhalten füllen können. Wie in vielen Teilen in Dwarf Fortress kann es auf eine ganz einfache Art erfolgen oder wir lassen uns mit etwas mehr Aufwand von einem Manager unterstützen, was uns nachträglich aber spätestens auf lange Sicht aber wieder Zeit und Nerven spart. Ich bin Markus und Theorie und Praxis folgen gleich nach einem kurzen Intro. Kommen wir erstmal zum theoretischen Teil. Gegenstände stellen wir in Workshops her. Diese finden wir im Baumenü unter Workshops. Zum Beispiel der Carpenter, also der Zimmermann, den wir schon im ganz frühen Anfangsstadium des Spiels gut gebrauchen können. Hier können wir Gegenstände zur Herstellungsfahrtstange hinzufügen, zum Beispiel einen Stuhl. Sobald mehrere hinzugefügt wurden, können wir die Reihenfolge verändern, das heißt mit Promote-Aufgaben vorziehen. Auch ist es möglich, einer Aufgabe höchste Priorität zuzuweisen, so dass selbst die derzeitige Aufgabe direkt liegen gelassen wird, um die priorisierte anzugehen. Brauchen wir von einem Gegenstand mehr als nur einen, können wir ihn entweder mehrfach in die Aufgabenliste aufnehmen, das heißt maximal bis zu 10 Mal, oder wir deklarieren die Herstellung als eine sich wiederholende Aufgabe. Die Zwerge beschäftigen sich mit wiederholenden Aufgaben allerdings nicht unendlich lange und lassen dafür alle anderen Aufgaben liegen. Die Liste aller Aufgaben wird weiterhin von oben nach unten abgearbeitet. Wurde eine wiederholende Aufgabe bearbeitet, so rutscht sie in der Liste wieder ganz nach unten. So ist es auch möglich, mehrere sich wiederholende Aufgaben in der Aufgabenliste zu haben, so dass beispielsweise immer abwechselnd Betten und Türen hergestellt werden. Möchte man eine Aufgabe erstmal aussetzen, kann sie auch pausiert werden. Das ist bei wiederholenden Aufgaben vermutlich am sinnvollsten. Viele Aufgaben können, nachdem sie erstellt wurden, auch noch näher spezifiziert werden. Beim Zimmermann kann beispielsweise eingestellt werden, welches Holz zur Herstellung des Gegenstands verwendet werden soll. Um noch ein zweites Beispiel zu nennen, bei einer Schmiede kann bei der Herstellung eines Helms bestimmt werden, welcher Kreatur dieser Helm später passen soll. Ich bin mir zwar selbst noch nicht so ganz sicher, zu welchem Anlass man das genau gebrauchen könnte, aber immerhin ist es möglich. In der Aufgabenliste kann man den Status der Aufgabe erkennen. Gibt es keine Markierung, ist es eine Standardaufgabe, die bald bearbeitet wird. Ein A markiert die gerade aktive Aufgabe. R steht für Repeat und ist damit bei wiederholenden Aufgaben zu finden. Pausierst du die Aufgabe, findest du ein S wie Suspend neben ihr. Wird eine Aufgabe mit Do Task Now mit hoher Priorität versehen, so wird sie mit einem Ausrufezeichen hervorgehoben. Es gibt noch einen weiteren Status, aber auf den komme ich gleich nochmal zurück. Um in einem Workshop Gegenstände möglichst schnell herzustellen, ist ein kurzer Weg für die Rohstoffe unerlässlich. Die Supply Chain Strategie habe ich im letzten Video vielleicht schon deutlich genug rübergebracht. Das heißt, ein spezifisches Rohstofflager direkt neben dem Workshop ist sehr sinnvoll. Problematisch wird es erst, sobald im Lager die Rohstoffe ausgehen. Sobald kein Rohstoff vorhanden ist, brechen die Zwerge die Aufgabe ganz einfach ab, selbst wenn es sich um eine wiederholende Tätigkeit handelt. Das kann ganz schön nervig sein, aber dem können wir mit einem Manager entgegenwirken. Ein Manager ermöglicht uns, statt Workshops einzelne Aufgaben zuzuweisen, Bestellungen aufzugeben und diese zentral zu verwalten. Zudem kann mit ihm auch erreicht werden, dass nicht jeder Hinz und Kunz in den Workshops arbeitet, sondern nur Zwerge, die über eine gewisse Grunderfahrung verfügen. Aber alles nacheinander. Ein Manager ist ein Administrator, welcher auch ein entsprechendes Büro verlangt, damit er seine Arbeit aufnehmen kann. Das Büro sollte mindestens aus einem Tisch und einem Stuhl bestehen. Ist das erledigt, können Bestellungen hergestellt werden. Wir möchten beispielsweise 20 Betten herstellen lassen. Diese können wir dann als Bestellung im Workshop selbst, für explizit diesen Workshop oder in der Manager-Ansicht aufgeben. In der Manager-Ansicht kann dann die Bestellung der Betten platziert werden. Der große Vorteil, hier platzierte Bestellungen werden automatisch auf alle gerade verfügbaren Workshops verteilt, um so eine parallele Produktion zu ermöglichen. Das kann bei Bedarf aber auch begrenzt werden, sodass nicht alle oder gar nur ein einzelner Workshop damit betraut wird. Aufgaben können auch hier in der Reihenfolge angeordnet werden. Zudem kann der Start der Produktion von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht werden. Zum Beispiel möchten wir unsere Losgröße von 20 Betten erst dann bestellen, wenn ein Meldebestand von 10 Stück unterschritten wurde. Das ist wohl die typischste Anwendung der bedingten Bestellung, was auch dem Standardverfahren der realen Wirtschaft gleicht. Allerdings können damit auch deutlich komplexere Logiken und Abhängigkeiten erstellt werden, wie überprüfe einmal in jeder Jahreszeit, ob mindestens 10 Betten da sind, aber maximal 100 Äxte. Wenn dann noch die Produktion von 10 Eisenhelmen abgeschlossen wurde, stelle 10 Schilde aus Eichenholz her. Egal wie viel Sinn das jetzt ergeben mag, man kann es durchaus so konfigurieren. Die Bestellung wird dann Stück für Stück von den betrauten Workshops abgearbeitet, so wie gerade Rohstoffe und Arbeiter zur Verfügung stehen. Das bringt ein wenig mehr Transparenz in die Produktion. Die Bestellungen sind dann in den entsprechenden Workshops wieder zu sehen und, jetzt komme ich wieder zu den Status-Flags zurück, sind hier mit einem O wie Order gekennzeichnet. Ein Manager muss aber jede Order vor Beginn erst in seinem Büro validieren und zudem die Voraussetzungen für den Job prüfen, was ein wenig Zeit kostet. Falls der Manager noch mit vielen anderen Aufgaben betraut ist und in der Weltgeschichte herumwandert, kann es auch schon mal etwas länger dauern, bis eine Produktion anläuft. Deshalb sollte man den Manager am besten etwas von anderen Aufgaben befreien. In den Workshops selbst kann durch die Arbeit des Managers nun auch noch ein Arbeitsprofil hinterlegt werden. Das ermöglicht uns, erstens festzulegen, welche ausgesuchten Zwerge ganz allgemein mit den Aufgaben betraut werden dürfen. Sinnvoll, wenn wir nur ganz bestimmte Zwerge für die Aufgaben einsetzen oder eben andere ausschließen möchten. Zweitens, wie gut der Skill eines Zwerges mindestens und maximal sein muss, damit er in dem Workshop arbeiten darf. Damit kann zum Beispiel sichergestellt werden, dass in einem Ausbildungsworkshop Zwerge an eher unwichtigen Aufgaben zur Verbesserung ihres Skills arbeiten, während andere nur die Meisterstücke aus seltenen Materialien herstellen, die uns im Spiel wirklich voranbringen. Drittens, kann eingeschränkt werden, dass nur ein bestimmtes Aufgabengebiet in dem Workshop zugelassen wird. Beim Zimmermann beispielsweise Zimmerei und Fallenbau. Viertens, kann ein Workshop von globalen Bestellungen ausgenommen werden, sodass dieser immer frei ist für klassisch zugewiesene Aufgaben. Fünftens, falls globale Bestellungen zugelassen sein sollten, kann festgelegt werden, wie viele der globalen Aufgaben dieser Workshop maximal parallel annehmen bzw. bearbeiten darf. Schauen wir uns das Ganze nochmal nicht allzu tiefgehend im Spiel an. Als erstes erstellen wir einen Workshop, hier wie eben im Beispiel mit dem Carpenter. Etwas Material für den Bau des Workshops haben wir bereits da. Jegliches Holz oder Stein reicht dafür schon völlig aus. Ich lege auch gleich zwei Läger an, um Rohstoffe und Fertigerzeugnisse getrennt zu lagern. Ich lege auch gleich zwei Läger an, um die Schöpfung zu machen. Das Holz aus dem Hauptlager lagere ich mal um, damit man den Ablauf und den Lagerbestand besser sehen kann. Ich lege auch gleich zwei Läger an, um die Schöpfung zu machen. Nun, nachdem der Workshop fertig ist, stellen wir hier ein paar Aufgaben ein. Ein Bett, ein Stuhl, eine Tür und einen Tisch. Mit P schiebe ich eine Aufgabe in der Reihenfolge nach oben. Wir warten kurz, bis ein Zwerg vorbeischaut, um die Gegenstände herzustellen. Nun arbeitet er an dem ersten Gegenstand, was wir an dem A erkennen können. Die Gegenstände sind nun hergestellt und liegen auf dem Lagerplatz für Fertigerzeugnisse. Ich füge nun drei weitere Tasks hinzu. Ein Bett, eine Tür und als letztes eine Kiste. Bett und Tür stelle ich als wiederholende Aufgaben ein. Die Arbeit beginnt erneut. Das Bett wird als erstes hergestellt. Nun, wo es fertig ist, verbleibt es in der Liste und ist nur von der ersten auf die letzte Position gewechselt. Das heißt, dass nach der darauf folgenden Tür die Kiste als weitere Einmalaufgabe dran ist. Nun gibt es nur noch die beiden wiederholenden Aufgaben. Beobachten wir mal kurz die weitere Produktion im Schnellverfahren. Nun ist uns das Holz ausgegangen. Die Produktion wurde einfach abgebrochen. Die Aufgaben wurden gelöscht. Momentan ist es sinnlos neue Aufgaben zu vergeben, da auch diese sofort gelöscht werden würden. Wir gehen das Problem nun mit Hilfe des Managers an. Im Workshop ist auch der Hinweis hinterlegt, dass ein Manager benötigt wird, um Workshop-Profile zu ermöglichen. Ich rufe als erstes die Verwaltung der Administratoren auf. Beim Punkt Manager wähle ich einen Zwerg aus, der diese Position bekommen soll. An dem Require können wir sehen, dass es Anforderungen für diese Stelle gibt. Wenn ich mir diese mit Enter ansehe, kann ich erkennen, dass hier ein Mega Office, also ein spärliches Büro benötigt wird. Ich gehe also aus dem Menü raus und baue als nächstes Tisch und Stuhl in einen separat mit einer Tür versehenen Raum. Wenn ich mich in der Mitte des folklore Martensbinary fühle mich, Ich loop mich natürlich auf. Anschließend deklariere ich den Raum um den Stuhl als Büro und weise ihn dem frisch als Manager ernannten Zwerg zu. Schaue ich nun nochmal in den Administratoren-Screen, sehe ich, dass die Anforderungen erfüllt wurden. Damit haben wir also nun zwei Dinge freigeschaltet. Erstens das Workshop-Profil, welches wir nun mit groß P öffnen können und in dem wir nun einstellen können, wer hier arbeiten darf, wie gut er sein muss, welche Arbeiten erlaubt sind und das Anlegen von Bestellungen. Und zweitens den Manager-Screen, welchen wir entweder über die Einheitenliste oder der Jobliste aufrufen können. Hier kann ich nun eine neue Bestellung aufgeben. Mit New Order bekomme ich eine Liste mit allen Aktionen oder herstellbaren Gegenständen präsentiert. Um die Liste zu filtern tippe ich nun Wood ein und wähle ein Holzfass aus, gefolgt von der Anzahl. Wir sehen in der Liste, dass kein spezifischer Workshop mit dem Job verbunden ist, was auch gut so ist. Ich könnte in den Jobdetails mit D nun das Material spezifizieren und dazu eine der zahlreichen Holzvarianten auswählen. Aber das ist gerade nicht so hilfreich für dieses Beispiel, daher breche ich diese Auswahl wieder ab. Ich füge nun zur Demonstration noch eine Bedingung hinzu. Wir wollen die Fässer nur herstellen, wenn weniger als 10 Stück verfügbar sind. Das soll monatlich geprüft und bei Erfüllung der Bedingung soll eine neue Bestellung generiert werden. Gehe ich nun wieder in die Ansicht des Workshops, gibt es hier immer noch keine Aufgabe. Das liegt daran, dass der Manager erst noch seine Arbeit der Verifikation der Order verrichten muss, was aber nur jeden Monatsanfang passiert. Da ich gerade nicht so lange warten möchte, stelle ich die Prüfung temporär auf täglich um und warte einen Tag. Nun sehen wir im Workshop eine Aufgabe, welche mit einem Ofer sehen ist, woran wir erkennen, dass es eine Order vom Manager ist. Es ändert momentan nichts an der Sache, dass die Fässer nicht hergestellt werden können, da wir kein Holz mehr haben. Aber die Aufgabe wird durch das Fehlen des Rohstoffes nicht mehr verworfen. Besorgen wir doch mal kurz ein wenig Holz. Es war laut, wie es cool ist. Es ist nur ein wenig Holz, das in der Nähe seiner Erfüllung, die Flügel mit dem renigenen Stütz, die man die Militärung, die man sich eins Ochlufe und der Manfredein zu verrichten. Drei Tag noch weiter, wie es sich sch beach, weil das Freude und der Zwischen Nachricht liegen. Erfüllung der Vögel, der NDR 14, wie es mir schaukelt, Und schon geht die Produktion los. In der Manageransicht sehen wir, dass die Anzahl der zu fertigen Fässer sich bereits reduziert hat. Hier kann ich nun abschließend die Überprüfungsfrequenz wieder auf monatlich zurückstellen und schon haben wir, von den Rohstoffen mal abgesehen, einen vollautomatisierten Herstellungsprozess, welcher abhängig von der Lagermenge ist. Ich denke mal, dass die Zuweisung von Herstellungsaufgaben generell kein so schwierig zu verstehen das Thema ist. Wobei bei entsprechender Rohstoff- und Lagerbestandsplanung, paralleler Produktion und der Trennung zwischen Ausbildung auf der einen Seite und Herstellung meisterlicher Gegenstände auf der anderen Seite es schon zu einem relativ komplexen Regelwerk ausahnen kann. Falls du dazu eine Frage haben solltest, beantworte ich diese gerne in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich auch über ein Abo, wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben und mich damit unterstützen möchtest. Beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir unsere Zwerge nicht verdursten lassen. Wir widmen uns also der überaus wichtigen Getränkindustrie. Ich freue mich auf euch und das Thema. Macht's gut! Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf euch.